Gurdjewsk bleibt russisch. Gurdjewsk, das ex-deutsche Neuhausen, ein Vorort von Kaliningrad, bleibt russisch. Versuche der Stadt den historischen Namen zurückzugeben, hat der Staatsanwalt nun gestoppt. Der Staatsanwalt des Kreises Gurdjewsk hat die zuständige Wohnungsverwaltung der Stadt aufgefordert, eine große, weithin sichtbare Ortsinschrift Neuhausen an einem Neubau, direkt gelegen an der Ortseinfahrt, in Monatsfrist zu entfernen. Die Inschrift ist nicht neu, sondern bereits vor einigen Jahren, nach Abschluss der Arbeiten am Neubaugebiet, angebracht worden. Im Rahmen der zunehmenden Aktivitäten zur Entrossifizierung des Kaliningrader Gebietes machen regionale Aktivisten die Staatsanwaltschaft auf derartige gesetzwidrige Inschriften aufmerksam. Die Inschrift widerspricht der Gesetzgebung zum Schutz der russischen Sprache. Die gesetzlichen Bestimmungen fordern, dass bei ausländischen Texten diese in russischer Sprache zu duplizieren sind, wobei die russische Sprache dominierend zu sein hat. Weiterhin begründet der Staatsanwalt seine Entscheidung damit, dass deutsche Beschriftungen den Charakter einer informationsideologischen Einflussnahme tragen, welche bei der Bevölkerung des Kaliningrader Gebietes den Eindruck hervorrufen könnte, dass die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges revidiert werden sollen. Mit der Verbreitung deutscher Bezeichnungen soll Schritt für Schritt eine Toleranz zu den Verbrechen des faschistischen Deutschlands geschaffen werden. Diese Forderung des Staatsanwaltes des Kreises Gudevs könnte eine Art Präzedenzentscheidung für das Kaliningrader Gebiet und gegen den Prozess der Entrosifizierung des Gebietes sein. ig Art S と 1 Ach, mein lieb Ergustin, Ab tunnels, Ab 사람이 auf den heren Neues, sollen Sie 짜 plaint? Erg, mein lieb Ergustin, Ab Texin, Abziehen! Ach, mein lieb Ergustin, Abhuustin, mein Hot Shino! Erg, mein lieb Ergustin, Abfußlin! Erg... 다시 Kuliger... Ai...